Wenn du jedoch in diesem religiösen Krieg nicht kämpfst, wirst du ganz sicher Sünden auf dich laden, da du deine Pflichten nicht erfüllst, und so wirst du deinen Ruf als Kämpfer verlieren. Erklärung Arjuna war als Kämpfer sehr berühmt. Da er viele mächtige Halbgötter, selbst Shiva, im Kampfe besiegt hatte. Weil er gegen Shiva, der als Jäger verkleidet gewesen war, gekämpft und ihn besiegt hatte, hatte Arjuna den Halbgott erfreut und als Belohnung eine Waffe erhalten, die Pajupata Astra genannt wird. Jeder wusste, dass er ein großer Krieger war. Selbst Thron Ajariya segnete ihn und gab ihm eine besondere Waffe, mit der er sogar ihn selbst töten könnte. Deshalb wurde er von vielen Autoritäten, sogar von seinem Adoptivvater Indra, dem König des Himmels, mit vielen militärischen Auszeichnungen geehrt. Aber wenn er die Schlacht verließe, würde er nicht nur seine Pflicht als Kshatriya vernachlässigen, sondern auch seinen guten Namen verlieren und auf diese Weise seinen Abstieg in die Hölle vorbereiten. Mit anderen Worten, Arjuna würde nicht zur Hölle fahren, weil er gekämpft, sondern weil er sich von der Schlacht zurückgezogen hätte.